Das helle Piepen, was ihr gerade im Hintergrund hört. Das müsste eigentlich hier irgendwo ein Ruhekühlchen sein. Was genau ist, das weiß ich nicht, aber ich kann euch sagen, dass es der Vogelalarm ist für Luftalarm. Ich habe diesen Ruf gerade eben gehört, sie ruft immer noch. Und da oben ist auch der Grund, da kommt nämlich gerade zurück, seht ihr hinter den Bäumen? Das ist nämlich der Sperr, weil der da hinten kreist. Da kommt er gerade. Ich versuche immer mit der Handykamera, da oben kommt er gerade über den Baum. Seht ihr ihn? Das ist der Sperr und das ist der Grund, warum der Vogel im Hintergrund so hell piept. Ich bin total abgefahren. Ich habe den Vogel piept gehört und ich wusste sofort, er irgendwo kommt, den habe ich so dann im Sperr war. Ist das cool? Das ist Vogelsprachen. Ich habe denila Metern aufgerissen, was ihr Namen? Es hat dann, da oben und immer wieder wieder classrooms gefolgt.